Heute essen wir so lange Eier, bis wir Kevin ziehen. Fünf hartgekochte Eier am Start. Ich habe schon drei davon geschält, ein bisschen vorbereitet. Die anderen sind auch nicht geschält. Und wir werden heute so lange Eier essen, bis wir Kevin ziehen. Ja, Kevin ist natürlich hier am Start. Ich habe noch so Salz hier extra geholt. Ja, ich habe leider nichts am Start. Aber Kevin, was sagst du euch dazu, dass wir gerade dich essen eigentlich? Eigentlich ist es nicht gut. Eigentlich überhaupt nicht, ne? Zwei, eins, go! Ja, let's go! Digga, unglaublich, Alter! Unglaublich! Wir sind... Oha! Das hat saukrass funktioniert. Das wurde direkt erlöst. Wir haben nur so zwei Eier gegessen.